Sehr gut aufgepasst. Ja, das gibt Einwurf. Jetzt haben sie den Ball verloren. Guter Zweikampf. Gibt es doch noch einen Sieger. Fünf Minuten haben die Teams noch. Schöner Pass. Da kommt der Schuss. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Abgefälscht und daher bekommen sie einen Eckstoß. Passiert hier doch noch was. Der Ball kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Könnte was werden. Unfassbar, der passt. Ein überragendes Tor. Da hat alles gepasst. Tolles Tor per Volley. Das war natürlich alles andere als einfach. Tolle Aktion.